Hinter den Kulissen des Klubs gibt es viel Bewegung. Eine interessante Nachricht macht die Runde. Es scheint, als gäbe es einen möglichen Nachfolger für den talentierten Manu Kone, der derzeit eine herausfordernde Phase bei Borussia Mönchengladbach durchläuft. Leider kämpft Kone mit Verletzungsproblemen und seine Leistung in letzter Zeit ist etwas instabil. Die Gerüchte über seinen möglichen Abgang aus dem Verein nehmen jeden Tag zu. Der Name, der als möglicher Ersatz auftaucht, ist der des 22-jährigen Brasilianers Denilson Alves Borges. Er hat das Interesse mehrerer Vereine geweckt, nicht nur von Borussia, sondern auch von Braga, Olympiakos Pireus, Valadolid, Las Palmas und dem FC Turin. Ein möglicher Transfer könnte erst im nächsten Sommer stattfinden. Denilson spielt im Mittelfeld, genauso wie Kone, und zeigt beeindruckende defensive und offensive Fähigkeiten. Mit aggressiver Spielweise und technischem Können hat er bereits drei Torvorlagen geleistet und zwei Tore für sein Team in Brasilien erzielt. Seine Fähigkeiten im Dribbling und kraftvolle Fernschüsse sind Aspekte, die viel Aufmerksamkeit erregen. Das Team von Borussia Mönchengladbach hat Denilson im Visier. Allerdings könnte der Wettbewerb um seinen Transfer aufgrund des Interesses anderer Clubs intensiv werden. Und was denken Sie über diese Möglichkeit? Hat Denilson das Potenzial, die Lücke zu füllen, die Kone hinterlassen könnte? Teilen Sie Ihre Meinungen und Erwartungen zu diesem möglichen neuen Talent im Verein.